Zehn Jahre Romance TV. Das werden wir feiern. Mit unserem Besten. Na dann, zeig mal, was du so drauf hast. Ich spüre dann so komische Schwingungen aus ihrer Richtung. Wenn das wohl gerade ihr Schwingungsradal etwas verstellt wird. Zehn Abende hintereinander. Darf ich dich fragen, was du hier machst? Ich wollte mir mit dir die Sterne hören gucken. Jeden Abend ein anderes Motto. Ich bin immer gegen den Strom geschwommen. Dadurch wurde ich stark. Zehnmal ein ganz besonderes Programm. Danke jedenfalls, dass du meinen Schürzengel hast. Ich hoffe, es war das letzte Mal. Ab jetzt bin ich nämlich außer Dienst. Los geht's am Valentinstag. Feiern Sie mit Zehn Jahre Romance TV. Das Beste.